Die sich hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die sanierte Etagenwohnung befindet sich in Wiesbaden. Das Mehrfamilienhaus wurde im Jahr 1903 erbaut und 2015 saniert. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Badezimmer und einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 49 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 539 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.